Musik Hallöchen, ihr Würstchen und herzlich willkommen hier endlich mal wieder bei einem Projekt hier nach gefühlten 20.000 Jahren Ja, wir spielen heute Stranded Raft oder Stranded Raft, je nachdem wie man es aussprechen will Es ist ein Bandes Survival Map für Minecraft, sieht man ja Und zwar sehen wir hier im Hintergrund schon eine Insel Und wir sind quasi mit einem Boot hier gestrandet Ich musste mich hier aufs Boot retten, weil ich bin irgendwie da unten im Wasser gespawnt Das wäre nicht so toll gewesen Deshalb habe ich das hier ein bisschen safer gemacht hier auf dem Boot Also das Boot stand schon, ne? Ich habe das jetzt nicht selber hingebaut Ähm, ja, so weiter und so fort Das Ziel ist es einfach, also mein Ziel ist es Äh, hier gibt es ganz viele Challenges, zum Beispiel hier Builder Shelter Also wir müssen jetzt mal so ein, ne, so Dings hier bauen hier, damit wir mal hier vor dem Wetter und so geschützt sind, ne? Maker Fire und so weiter, ne? Also die ganzen Sachen halt, das steht hier alles Und wir werden das dann nach und nach abklappern Und ja, mal gucken, wie sich das so verläuft So much fields dry, was? Wie dry, okay Ähm, auf jeden Fall sollen noch ein paar Viecheres drin sein von 1.8 Ich habe keine Ahnung, was uns da erwarten wird Oh, The Journal hier, natürlich, sehr schön Ah, hier sind auch nochmal die ganzen Challenges Ich könnte hier auch mal alle gucken Hier, hier habt ihr bestimmt jetzt alle schön mitgeschrieben Ähm Ja, auf jeden Fall sind das diese ganzen Sachen Äh, ja Ich schließe mir das mal ganz mit dir durch Hm, hm, hm Ja, auf jeden Fall, ähm Ähm, so ähnlich stand das schon mal da auf der Seite Auf jeden Fall, ähm Haben wir hier auch ganz viele Sachen, ähm Okay, die Bücher sind ein bisschen verbuggt Das ist immer so blöd Dass irgendwie die Bücher mal verbuggt sind Das ist irgendwie so ein blöder Bücherpack, aber egal Ähm, auf jeden Fall, ähm Ja, sollen wir hier auf jeden Fall überleben Logischerweise Das ist unser kleines, äh Ja, Gummiboot Und, äh Ich glaube, wir fahren damit heran Genau Oh nein Sag mir nicht, dass hier schon Guardians rumschwimmen Och komm, das ist, das ist nicht euer Ernst Tut der uns was? Ah, da tut, natürlich tut der uns was Hörst mich Oh, ich hasse diese Dinger Okay, da hinten Ah, okay Da hinten ist ein kaputtes Stil Also es scheint so, als würde es hier außerhalb der Dings hin noch Sachen geben Ich habe mich nicht so wirklich slow gemacht Ich werde das halt jetzt nämlich selber rausfinden Mit euch zusammen Falls ihr irgendwelche Tipps oder so habt Ne, könnt ihr die natürlich auch in den Kommentaren schreiben Kein Problem Und ich werde das hier auch anders aufnehmen als sonst Das heißt, ich habe ja sonst immer aufgenommen und dann hochgeladen Ich werde das eigentlich so machen, dass ich das am Stück jetzt aufnehme Und dann nach und nach hochlade Und Dazu muss ich auch sagen Ich werde nicht jeden Tag eine Folge hochladen Das kann auch sein, dass mal Ein oder zwei Tage gar nichts kommt Oder vielleicht auch länger Ich weiß nicht Je nachdem Ähm, auf jeden Fall Muss es nicht unbedingt sein Dass eine Folge kommt Das heißt, äh, ja Da könnt ihr euch ein bisschen Ähm Ja, müsst ihr euch nicht jeden Tag, äh Irgendwie denken Hoffentlich kommt jetzt eine Folge oder nicht, ne Also müsst ihr einfach Gucken, ob da eine ist oder nicht Ich werde das ein bisschen gelassener machen Und nicht so stressig und alles Ich habe noch endlich mal Musik Habe ich dir schön bei YouTube runtergeladen Also, ähm, diese, äh, ich weiß nicht hier Aber irgendwo gibt es so eine Suche für, für YouTube Musik Die von YouTube selbst da irgendwie draufgepackt ist Die dürfte ja nicht Copyright, äh, geschützt sein Und, und bla, ne Ich habe noch ruhige Musik ausgesucht Das heißt, wir werden hier schön ruhig das Ganze angeht Und nicht so stressig Und schnell hier hin Und schnell da bauen und so, ne Sondern schön stressig Schön stressig weggelassen So Jetzt will ich nochmal, oh hey Mal gucken, ob da was rauskommt Nein, natürlich nicht Wir haben schon mal Holz So, da können wir uns schon mal eine Werkbank hier machen Also, wir können uns einen Shelter bauen Ein Shelter soll uns ja, äh, vor Kälte und sowas, äh, schützen Angeblich Okay, die Hühner, die hier rumlaufen Ich denke mal, die sollte man nicht töten Sondern eher paaren Und wir sollten hier auch ein paar Sachen rauskriegen Ist ja nicht so schlecht Ich weiß gar nicht, wie es hier mit Mobspawning aussieht Übrigens, ich hoffe, wir spielen auch, äh Böse Nachbarn überall Okay, wir spielen auf normal Ähm Das ist hier so eingestellt Okay, also man kann es hier nicht ändern Man muss mit Monstern spielen Man kann nicht anders Stimmt, da hinten wäre ja auch kein Guardian sonst gewesen Okay, hier sind überall diese Schiffe Das sieht schon mal interessant aus Es könnte also sein, dass wir hier noch Sehr viel Spaß haben Ich werde allerdings nicht sofort hier auf die ganzen Dinger drauf gehen Ich denke mal nicht, dass das so eine neue Idee wäre Deshalb, ja, guck mal Erstmal hier so ein bisschen Was zusammenzubasteln Ich höre das Ganze auch nicht im Vollbild auf Sonst, äh Muss ich hier immer Hin und her switchen Das ist doch auch ein bisschen blöd So, jetzt machen wir mal den Sitz längen Den packe ich jetzt auch ein bisschen einfach mal hier in der Erde rein So Nur schön mit Licht hier Das schön vom Baum abgedeckt wird Äh, ja Auf jeden Fall Gucken wir uns jetzt mal an Also ein Shelter Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Shelter aussehen muss Soll oder darf Ich denke mal, wir sollten einfach nur irgendeine Hütte da hin klatschen Ja, ein Hülchen Äh, ja Aus Holz denke ich mal Weil Was anderes haben wir hier schlecht zum Holz bauen Außer Stein, aber Ja Holz ist da schon ein bisschen bequemer Und sieht auch ein bisschen besser aus Aber das ist jetzt meine Meinung Kann ja jedes seine eigene Meinung haben Mal gucken Was wir hier überhaupt bekommen Weil ich habe keine Ahnung Ob es den Dias 2 da gibt Ich habe echt keine Ahnung Was wir denn hier bekommen Auf jeden Fall sollten wir auch hier laut Challenge Craft an Anvil Also wir sollten auch ein, äh, Dings machen Hier so eine Ne, hier Dambos Ein Zaubertisch sollten wir auch, glaube ich, machen Weil hier steht, äh Craft an Bookshelf Ich denke mal nicht, dass der nicht, äh Oder runter steht A Golden Apple Das ist gut hier A Lighthouse Was? Builder Lighthouse Okay Ach, ein, äh Oh, ein Leuchtturm Aua Wo soll man denn die Wolle herkriegen Obwohl es muss ja nicht unbedingt, äh, ne So sein wie es immer Können auch einfach ein Kloster irgendwo hinklatschen Auf dem Holzton Das war's Das ist ein Leuchtturm Steht ja nicht da, wie der Leuchtturm aussehen soll, ne Wie wir gesehen, äh Ich mach übrigens mal die Sounds ein bisschen leiser bei mir Also ich mach die mal generell ein bisschen leiser, weil wir müssen hier Uns übersteuert Also nicht übersteuert, sondern ein bisschen zu laut, das für das kleine Öhrchen hier, ne Auf dem Kopf So, auf jeden Fall ein paar Samen Mal gucken, was wir damit machen können Finden wir ganz holle Sachen Okay, wir sollten uns gleich mal eine Spitzhacke machen Das ist schon mal gar nicht so schlecht Weil Nur, generell Spitzhacke sind nicht so schlecht So, äh, ja So nicht, so Machen wir uns erstmal so eine schöne, bitte Spitzhacke hier Die beste Hacke machen wir jetzt Ähm Nur einfach mal das Stein Ich weiß gar nicht, äh, den Stein, Entschuldigung Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ehrlich gesagt Hier, wie das hier aufgebaut ist Ob das jetzt, da unter jetzt irgendwie Höhlen sind Oder ob da gar keine Höhlen sind Ich hab echt null Ahnung Der stand da auch nicht irgendwie beschrieben oder so Was auch gut ist, weil da kann man das selber rausfinden Ist auch gut Ich könnte jetzt auch, Alter, nicht für X-Ray benutzen Aber das ist nicht unbedingt Das, was wir wollen Die Sonne Das heißt nicht, ob es auch Nacht werden kann Es wird Nacht, okay Es kann Nacht werden Ich hab auch vorhin ein bisschen rumgedrillt Weil ich hab ein bisschen mich retten muss Ah, ah, Scheiße Scheiße, Dreck Alter, wo kommt der jetzt her? Ja, genau Mach einfach mal Silberfischsteine hier hin Alter, mach doch sowas nicht, ey Na, das kann hier lustig werden hier Wenn die jetzt auch noch mit Silberfischen kommen Dann ist er echt hier vorbei Ach, nö, ich will doch keine Silberfische Naja, da gucken wir mal Auf jeden Fall Guardians haben wir ja auch schon mal gesehen Das wird ja echt, ich glaub, das wird hier noch sehr lustig Da hinten ist noch unten, aber da unten ein Schiff Schiff Ich denke irgendwie immer so Wenn ich so ein Schiff sehe Ja, sieht schön aus Ich hoffe nur, dass wir die erste Nacht überleben Weil ich weiß nicht Ich spiel ja nicht im Hardcore Gott sei Dank nicht Das wär jetzt ein bisschen blöd Der Spawnpoint hab ich keine Ahnung, wo der ist Weder das hab ich ne Ahnung Noch, äh Wie war hier Wolle bekommen Und wenn wir das über Spinnenweg machen müssen Dass wir tausend Spinnen töten müssen auf der Wolle Dann, äh Sieht's bitmäßig noch ein bisschen, äh Alt aus Oder ein Sapfel Die nehm ich aber gerade mit Ich versuche auch hier nicht zu rennen Weil wir noch nicht so viel Essen haben Beine fahren können eigentlich auch easy machen hier Ich mein, wir haben ja hier relativ Erde und so Und Sand Dürfte also nicht so das Problem werden Äh Mach ich mal eine Schaufel aus Stein So Und ein Schwert glaube ich auch noch mit Weil wenn das hier echt gleich dunkel wird Wie es hier aussieht Dann ist es vorbei So Und die Schaufel, die kommt jetzt mal dahin Die Spitze kommt dahin Wie gewohnt So, da hinten ist noch ein Ei Da war der Osterhase wieder fleißig Ach ne, der ist ja schon vorbei Stimmt Ich versuche das hier auch so zu erfahren Dass man es nicht unbedingt sieht Dass man da was abgerissen hat Aber ich glaube, dass es hier nicht unbedingt Äh, möglich immer Es wurde auch ein Tech-Spec empfiehlt Äh, nämlich Specs Aber ich mag das Also ganz ehrlich Für, für, äh PvP und so mag ich Specs eigentlich ganz gern Aber irgendwie für so Bauen und so Find ich Specs irgendwie nicht so passend Ja, das ist jetzt meine Meinung Da kann jeder sagen, was er will Aber Ist so für mich Also Was ist denn das? Was ist denn das hier? Hä? Sand? Ach, das ist ein Licht-Bug Der sieht nur so dunkel aus Okay Ich dachte schon, hä, ist das ein neuer Block Oder so? Wollte ich jetzt schon irgendwie denken Hier, was ist denn jetzt los? Wir spielen jetzt Ach, da kann alles passieren, ja? 2-1-8 Da bin ich ja komplett raus Also 1-8 ist, äh Krass, was man da alles machen kann Ist echt heftig Also ich hab schon viele Sachen gesehen Da gibt's echt Sachen Das, äh Ist nicht mehr traumbar So, ganz stillig hier auf der Insel, ne? Solange hier keine Viecher kommen Ist ja alles noch gut Ah! Absolut Geh weg Klasse Ja, Viechermeske Böse Geräusche Also ich kann mir gut vorstellen Dass hier noch ein paar Versteckte Sachen sind So was für Kisten oder so In den Schiffen Da müssen wir eigentlich noch rein, ne? Aber ich trau mich Ich weiß nicht Soll ich schon mal in ein Schiff reingehen? Ich bin mir nicht so sicher Weil das Problem ist Wenn da jetzt irgendwie Guardian-Spauler sind Dann sind wir Dann sind wir weg Und ich glaub nicht Dass hier Keep Inventory True ist Von daher No und so Weißt du schon Bescheid So, wir sollten ja auch Äh Dings machen hier Charcoal Also hier diese Äh Wie heißen das hier? Äh Die Kohle da Die Holzkohle Genau Machen wir einfach Mal Weil wir brauchen eh Kohle Für Fackeln Ne? Logischerweise Pack ich den mal da rein Zack Machen wir uns mal ein bisschen Kohle Ich hab mich eh wie der Typ Eigentlich Das Holz hier anzündet Ohne Feuer zu tun Gar nichts Aber das ist die schöne Minecraft-Physik und Logik Ne? Das ist ja eh so ne eigene Da gibt's ja eh Tausend Punkte Die da Total komplett sind Ich hab irgendwie das Gefühl Haben die irgendwie Was an der Spawning Von den Zaplings Hier geendet Weil irgendwie sind hier So viele Zaplings Das gibt's gar nicht Ja, aber Es ist Zaplings Äh Hat man ja eh Irgendwie nicht so viele Oder wir haben einfach Nur verdammt viel Glück Das ist gut Das find ich gut I feel cold? Was? Wie I feel cold? Hä? Och nö Sag nicht Das war kein Witz Mit dem Dings Ich dachte das wäre einfach nur so Als Gag Dass da steht's ja so Ja, du musst den Shelter bauen Damit du Äh Schön warm bleibst nachts Ich glaub das ist doch nicht Irgendwie so Das ist echt so ne 1-8 und so Weißt du Bescheid Och nö Bitte nicht Sag mir nicht Vor allem da stand ja auch Wir müssen ein Feuer machen Äh Nicht hier Das ist Skype Hier Äh Hier Make a fire Problem ist Wo bekommen wir Eisen her? I feel trusty Nein Ja Ein Bett und sowas Muss man machen Das Problem ist Ich hab keine Ahnung Äh Wie wir hier ein Bett Und sowas machen sollen Weil ohne Wolle Wird das ja schwer Ich denke mal nicht Dass hier neue Crafting Rezepte Gemacht haben Das geht ja schlecht Kann ich eigentlich Hier so ne Fackel machen Und das bleibt trotzdem Schön warm Ich hoffe doch sehr Ich hab keine Ahnung Ob wir jetzt sterben Irgendwie wegen Kälte Ist das ne Insel Leute Mal ganz ehrlich Auf so ne Insel Ist meistens so Nachts Keine Ahnung Vielleicht noch so Äh Oh ne Ernsthaft Wir sind müde Das heißt wir können nicht mehr Oh nein Wie soll ich denn jetzt Ein Bett machen Sag mal Natürlich Das Boot besteht Das Wolle Ey Ich bin ja auch schlau Ey Okay das Bett Das besteht Ja okay Das hab ich jetzt nicht So weit hab ich jetzt nicht gedacht Tut mir leid Tut mir leid Er kommt noch darauf Dass man das Dass man das Bett benutzt Äh Dass man das Boot benutzt Als Bett Wie du lässt mich nicht in Ruhe Ja gut okay Das ist äh Konnt man jetzt nicht so direkt wissen Warte aber ich muss da hoch Aber wir haben so Abbauermüdungen Das dauert so lange Bis wir die Arück gebaut haben Hier Das kann jetzt ein bisschen dauern Bis wir unsere drei Wolle hier zusammen haben Wir sind so müde Ich kann gleich einschlafen Ja der Typ hat sich gleich auf seiner Insel Also das ist okay Jetzt müssen wir auch was gegen die Kälte machen Das heißt Wir müssen echt ein Feuer machen bald Problem ist Ich hab absolut keine Ahnung Wo wir jetzt Eisendeer bekommen Wir müssen Feuerzeugen abasteln Ich war ein Kiefer mal auf der Insel Das ist schon mal kein Problem Und ist das jetzt so wurscht Ne Ich geh trotzdem auf der Insel Weil ich glaub Hier im Boot schlafen ist kein Problem Keine so geschlaue Idee glaub ich Aber wenn hier die Viecher rumfliegen Dann ist das nicht so Nicht so gut Oh wir haben schon Dings Jetzt haben wir schon Level 2 davon Das ist nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Ich muss mal grad auf meinen Ohren Ein bisschen leiser machen Das ist ein bisschen laut Was geht Das ist eh eine andere Musik Ich hab auch noch nicht so viele Musikstücke Übrigens drin Das sind glaub ich jetzt so 7-8 Stück oder so Werde ich allerdings in Zukunft Auf ein paar mehr reinpacken Also keine Angst So laufen können wir trotzdem Obwohl wir müde sind wie Sau Das ist kein Problem Laufen geht Äh Mach ich erstmal so Machen wir uns erstmal ein schönes Bettchen Dann können wir ein bisschen schlafen hier I feel crud crud Okay Wir gehen jetzt erstmal pennen hier Dann dürfte es uns auch ein bisschen besser gehen So Die Musik passt doch ein bisschen her Auf der Insel Da oben sind Kakaobohnen Okay Sollen wahrscheinlich Hokusnüsse darstellen Aber okay Ah okay das ist gut Ja okay es wird jetzt wärmer Heißt wir wärmen ein bisschen auf Ist ja klar Wir können auch ein bisschen im Kreis rennen Dann wird es uns auch warm Aber ich glaub nicht Dass das hier so Gemacht Sag mal warum haben wir eigentlich immer noch Eine Müllabbau-Meldung Ähm Was hat denn der Typ noch? Hehehehe Ähm Geschlafen haben wir Müssen wir irgendwie trinken? Kann's das sein? Ernsthaft? Müssen wir euch trinken? Sag mir nicht wir müssen sogar trinken hier Das wär ja Minecraft Äh RL hier fast Das wär echt krass Wenn wir jetzt irgendwie trinken müssten Das wär schon geil Wär jetzt eigentlich Hinderlich Aber Realistisch Ich glaube echt Dass wir Wasser brauchen jetzt So mal gucken Ne Ich mach doch mal so Dürft ja aushalten Okay So dann machen wir uns mal schöne Glasflächchen Hier Zack Vor allem wer will bitte schön Meerwasser trinken Sag mal Das ist Das schmeckt doch nicht Komm Kannst du mir nicht erzählen Dass das schmeckt So Ich ertrink Gucken wir jetzt mal Tatsache Wir müssen trinken Das gibt's nicht Wie macht man sowas? Wie geil Okay 1,8 und so ne? Okay Also wir müssen jetzt auch immer auf unser Trinken achten Gut Sehr cool Wenn man jetzt irgendwie noch eine Anzeige irgendwo hätte Weil das wär ein bisschen gut Aber Egal Da müssen wir halt jetzt immer 10 Tonnen an Ähm Salzwasser mit uns rumschleppen Schmeckt bestimmt extrem gut Das ist echt heftig Das war echt Das war echt hier Richtig hier Wir haben richtig im Leben Hier trinken Etc Das wärmen Wenn es kält Ist so cool Okay Besser als ich gedacht habe Positiv überrascht gerade Wer denkt Was macht der Typ da gerade? Ich versuche ein Feuerzeug da raus Äh Feuerzeug Ein Feuerstein raus zu kriegen